Hey meine kleinen Pinguin-Liebhaber und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit dem Thema Play My Game on Linux. Heute zu Gast ist The Division. Doch bevor wir jetzt starten, würde ich mich sehr über ein Abo oder ein Like deinerseits freuen oder auch über Kommentare, die sind nämlich auch gerne gesehen bei mir. Als erstes müssten wir natürlich einmal Steam installieren, das habe ich dir im letzten Video gezeigt. Ich habe dir das jetzt oben rechts nochmal in die Infobox gelegt und dann kannst du dir das ja nochmal anschauen, falls du das noch nicht gemacht hast. Mit dem ersten Schritt fangen wir einfach mal an den Game Mode zu installieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Dazu müssen wir einfach nur ein Terminal öffnen und eintippen sudo apt-get install game mode. Habe ich dir aber auch nochmal zur Not in der Videobeschreibung verlinkt. Der nächste Schritt wäre, dass wir in unsere Bibliothek gehen und oben unter der Suche PRO eingeben für Proton. Dann installiert ihr einfach alles, was ich jetzt hier gerade vorschlage. Ich würde anfangen mit Proton 7, 8, Battle Eye, Easy Anti-Cheat, Experimental, Hotfix und Next. Bei Experimental könnt ihr einmal rechtsklick Eigenschaften auf Betas und dann den Bleeding Edge Modus auswählen. Damit habt ihr immer den neuesten Vulkan und DXVK Treiber. Das kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr die ganzen Proton Version runtergeladen habt, könnt ihr jetzt rechts auf Division klicken, auf Eigenschaften. Dann geht ihr unter Kompatibilität, setzt den Haken, dass ihr das mit Proton ausführen wollt und wählt eure Proton Version aus. Denn dadurch könnt ihr jetzt The Division installieren und runterladen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir klicken nochmal rechtsklick auf The Division Eigenschaften, gehen unter Allgemein und hauen unseren Game Mode Run. Und Prozentzeichen, Command-Prozentzeichen rein. Mango hat an der Stelle es zu vernachlässigen. Das ist nur für mich und meine FPS Anzeige. Falls du eine Nvidia Grafikkarte hast, kannst du noch zusätzlich diese Startoption probieren. Falls du Probleme bei der Performance haben solltest. Ich denke, dass du soweit durch sein solltest. Wir starten jetzt das Spiel The Division. Beim ersten Start könnte das ein bisschen länger dauern, weil erstmal der Vulkan Shader erstmal vollständig geladen werden muss. Und der ist sehr CPU-lastig, kann aber eine Weile dauern. Da sind durchaus mal 10 Minuten als normal zu betrachten. Sofort fallen die Grafikfehler von den Schattierungen auf, was aber nicht weiter ein großes Problem darstellt. So, dann kommen wir mal zu den Grafikanstellungen. Ich spiele auf hohen Settings. Die Framerate lasse ich nicht begrenzen und V-Sync habe ich ausgestellt. Ansonsten habe ich alles so gelassen. Unter Video habe ich meine ganz normale Vollbildauflösung mit der Monitorauflösung 75 Hz und DX12. Ich bin zwar gerade am Aufnehmen, deswegen habe ich jetzt hier nur 40 FPS. In der Regel komme ich aber locker auf die 75 FPS und das Spiel läuft absolut gnadenlos flüssig. Zwar sind oben an den Dächern immer Grafikfehler zu erkennen, die fallen aber nicht weiter auf im Gameplay. Die fehlerhaften Reflexionen fallen sofort auf, weil die natürlich alles andere als natürlich in der Umgebung wirken. Das Spiel ist sehr flüssig, bringt super viel Spaß und kann ich nur empfehlen. Die FPS, die ihr hier oben seht, die sind natürlich dadurch begründet, weil ich im Hintergrund ja noch logischerweise aufgenommen habe. Ansonsten kann man da eigentlich nochmal locker 30 FPS raufpacken. Zwar kommt es häufig vor, dass Reflexionen und Belichtungen nicht vernünftig angezeigt werden, aber wie oft guckt man denn eigentlich schon in den Himmel? Ab und zu kommt es tatsächlich auch mal vor, dass man Regenbogenfarben an seinem Charakter entdeckt, aber mein Gott. Es gibt Schlimmeres, wir wollen uns mal nicht beschweren. Das Spiel läuft auf jeden Fall 1a. So, das soll es dann auch gewesen sein mit dieser Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.